Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Runde Wir sterben in Karazhan Du Hurensohn Du Hurensohn, genau Ja, im Endeffekt alles drauf, volle Kanne Auf die Fresse, fertig, wir lief Schämen Cool, Martin fängt einfach an mit so einem Ding Wollten wir entfernen und jetzt geh weg von anderen Schwierig Erfrierung, ich... achso Doll, der hat zweimal Erfrierung hintereinander geklasst Ich hab auch gekickt Jetzt muss Martin eigentlich wieder Oh, Inferno-Blitz kann man auch kicken? Man kann irgendwie alles kicken, hab ich das Gefühl Ganz alles kicken, ja Einfrierung, Martin, okay Na, oder so Ich konnte auch nicht mehr, ich hatte schon irgendwo anders gekickt Warum kriege ich eine solche Schnauze hier? Äh, ich geh mal weg Achso, ja Abbilder, auf die Abbilder gleich Die Abbilder kann man übrigens auch kicken Stun leider nicht Hier haben aber gar nicht so wenig Leben Ne, das hab ich gemerkt Ist auch gut, dass wir alle verschiedene kloppen Ähm, naja Ist glaub ich nicht so schlimm So, meins ist down Edith, komm her Ähm, Martin, ja Habe ich schon Fernoblitz Ich mach Max, machst du? Ne, kann nicht Ok, dann müsst ihr gleich mit dem nächsten Entferno-Blitz zu mir laufen Einen müsst ihr durchkommen lassen Weil ich kann nix tun im Moment Ja Janik, mit dem Entferno-Blitz zu mir? Ja, 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 ja Sehr gut, danke Den anderen hab ich gekickt Jetzt bewegen die ganze Zeit Ja, genau, bewegen Bin tot Hä? Was? Hast du dich wiederbelebt? Ja Beweg dich, beweg dich, beweg dich Ganz wichtig Man kann einer von euch machen Okay, perfekt Achso, wieso bin ich gestorben? Weiß ich nicht Ich hab Akku Ich hab Akku Ich hab Akku Ich hab Akku Flammkranz nicht bewegen Hä? Ich hab mich nicht bewegt Der Flammkranz hat mich geinstanted Ja, aber irgendwie hat's nicht bewegt, dann stimmt nur mir mal ganze Grube Okay Cool Flammkranz ist krass Der hat auch 2,5 Millionen Schaden gemacht Ja, der ist böse Ist ja auch böse Ich glaub ich speck mal kurz auf Tank um Tank Kann ich da noch mal ein Report stellen? Ja, kann ich gleich machen Oh, muss ich auch Unbedingt Der Hessel und Lampen Ich bin da auch eben gegen gelaufen Manchmal kriegst du auch sehr perversen Schauen Ja, ich weiß aber auch nicht woher Durchstoßende Geschosse ist das Glaub ich Ja, man kann nicht mehr machen, als wenn mein Deftes reinkloppt Ja, man kann's kicken, aber wir können nicht alles kicken irgendwann mal Wir können nicht alles kicken irgendwann mal Ich fokussiere mich immer drauf, nur die durchstoßenden Dingern zu kicken Okay Die entferne Geschosse könnt ihr durchlassen, glaube ich Die sind nicht so schlimm Die sind nicht so schlimm Ja, die sind nicht schlimm Erfrierung ist halt scheiße, weil es immer einen rausnimmt Das sollten wir auf jeden Fall kicken Ja Max, Erfrierung machen wir immer wechselseitig Und ich kicke einfach die durchstoßenden Geschosse, weil Ja, wenn die halt nicht alle durchkommen, ist da schon mal viel Schaden, der auf dem Weg weg ist Ja, okay Und bei Flammkranz unbedingt stehen bleiben Ja Ich weiß nicht, vielleicht kann ich, ich glaube ich war's nicht, aber ich kann sein, dass ich's war Kann auch sein, dass ich's war, ich weiß es auch nicht Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher Ja, ich glaube, wir sind uns alle nicht ganz sicher Klappot? Achso, ja klar Aber 31% ist schon ganz viel, glaube ich Naja, wir haben doppelten Progress wie vorher 60, 30, jetzt liegt wir Ist der Scheiß Ne, jetzt hat er noch 1% Nein Oh, Mist Ne, 2% muss der ja über haben, weil wir ja Ja, stimmt Eben auch nur 29% machen Sagen wir 1,5 Äh, repariert ihr gerade auf Gilden-Dings? Nein, nein Gilden reparieren wirklich nur, wenn wir im Raid sind oder sowas Das hat nämlich gerade 280 Gold gekostet Und? Oh, krass Das ist noch recht günstig Das Ding ist, außer uns kann sowieso nie nur, dass wir Gilde retten Außer uns bin Ja Boah Der Rest kann eigentlich quasi da Tch Die können alle nix Außer da sein Ja Ich hab wirklich jedem die Rechte weggenommen Bankfach 1 und 2 können sie sich angucken, wenn die wollen aber Ja, einen Bankfach können wir den ja lassen, von mir aus Moment, bitte einmal, Moment Moment Und für uns sind Dreckkacke Müll 1, 2 und 3 Ja, ich hab die wirklich Dreckkacke Müll 1, 2 und 3 genommen Und für uns sind die Ja, das ist ein 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 Ich hab die durchstoßen geschossen Ja Ja Aber mit seinem Schaf Nein Ich hab auch nicht mehr Ich krieg die Erste Dann war es mit Träumen und ich zweifle es mit dem Träumen an dem Bus Das wird mich ok So, Polter Jo 5, 4, 3, 2, 1 You're just like the others, aren't you Okay, die Erste Ja Max, oder Weiter Gut, ich mach die Nee, alles gut Ging genau auf Ich hab das im Blick, aber Ging genau auf Oh, ich geh mal aus dem Entfernen und den raus Ja, ne Kannst du? Ab Ich geh mal grad raus Ihr müsst mal gucken, man kriegt für jeden Zaubern Debuff Ja Abbild des Wächters Wollen wir uns auf einen fokussieren? Ja Dann hast du erstmal den bei Dominik da weghauen Okay Den können wir uns auch kicken, ist egal Sonst macht die Anderen auch Es geht Wenn er nicht mehr hilft, geht der relativ zügig down Ich brauch eben grad mit Martin einen Zaubernehmer Ja Ob das down Hätte ich noch irgendwelche CDs oder so Okay, ich hab die Vögel wieder Okay Tsunami Das ist halt so richtig praktisch an den Vögeln Ja, ich mach Ich geh nicht Scheiße Geht mit dem nächsten zu mir Ja, mit dem nächsten Entferno Ich kick einmal Lars mit dem Entferno zu Max Oh, das hat nicht geklappt Okay, der nächste Entferno geht auf jeden Fall zu Max Okay, der ist im Prinzip in Max drinnen Bewegen die ganze Zeit Bewegen, 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 bewegen Bewegen, bewegen, bewegen So, einfach um ihn rumlaufen Ja, ich mach die erste Okay Lalalala 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 Kann der Scheiß jetzt mal aufhören Okay, nice Ich mach Ich mach Oh, tot Hab zu Not noch Battle Reds Flammkranz, stehenbleiben, stehenbleiben, stehenbleiben Flammkranz Flammkranz immer noch Okay Stroy Ich mach die zweite Oh, das ist nicht gut Ich kann dich noch nicht wiederbeleben, weil du würdest direkt im Flammkranz wiederbelebt werden Ne, jetzt weg der Flammkranz Ach Scheiße, ich kann dich noch nicht wiederbeleben, fuck Oh fuck, das hab ich völlig verplant Schafft ihr 12%? Ne, ne? Ich kann mich grad nicht bewegen, aber ich bin auch sowieso eingefroren Also der Flammenkranz war vorbei und wir standen noch ziemlich lange auf der Stelle Ich hatte noch den D.B.A. vor dem Flammenkranz Echt? Ja, der D.B.A. bleibt ein bisschen länger Der geht 20 Sekunden oder so Das ist ja blöd, ich hab nämlich nur auf die Animation geachtet Ich auch Dann könnte es sein, dass ihr Lars gekillt habt Ne, Lars war vorher schon tot Achso Ne, aber der hat irgendeinen D.B.A. drauf gemacht und da dachte ich halt lieber nicht weiter bewegen Naja, er macht generell für jeden Cast, den er durchkriegt, ist er ein D.B.A. halt Ich guck mal kurz Fähigkeiten Flammenkranz Beside ist vor, so müsstest du irgendwie einen großen Def-CD-Gloch am besten ziehen, wenn's geht Noch einen Noch einen? Ja, noch einen Ja, noch einen Ich sag das ja nur, weil da kann ich nämlich eigentlich überhaupt nicht heulen Ah, wir dürfen nur nicht den Ring verlassen, den der da auf dem Boden macht Ne, das ist doch klar Das haben sie ja einfacher gemacht Ja, also, naja, früher durfte man sich gar nicht bewegen, Janek So, okay Und jetzt darf man nur nicht mehr den Ring verlassen Fügt allen Spielercharakter an 2,5 Millionen Feuerschatz Ja, ich zieh da schon immer einen Def-CD Und, äh, ja Ähm, drauf achten, wenn der Flammenkranz kommt Das hatten wir beide gerade Ja, wir standen ziemlich nah beieinander, das war kacke Wir standen ineinander und dadurch, dass ich mit Dann gibt es halt dieses Wenn ein Spieler deinen Kreis betritt, macht's auch Damage Und dadurch, dass wir ineinander gespawert sind, hat's dann einfach sofort Damage gemacht Ja, aber das war nicht der Flammenkranz, der mit Sonst wären wir tot gewesen Ja, trotzdem soll die eben verteilt stehen Ja, ja, wir müssen ein bisschen verteilter stehen So, der macht ja nur 2,5 Mille Der Flammenkranz Ja, ist ja nix Oh, ich kann doch mal rappen Gut, dass Max nur 2,1 hat Nein, ich kann sogar nur 1,9 Ja, aber meinetwegen können wir 10% hat er nur noch gehabt 5,4,3,2,1 You are just like the others, aren't you? Wenn ihr als Nahe-Campfer diesen Flammenblitz abkriegt Ich hab ihn gekriegt Ich glaub, es kriegen alle lieber Ja, ich geh da immer weg Wenn ein Flammenkranz Interne Blitz, Dominik Solltest du, ne? Ja Okay Ich wollte nur wissen Burn, just like that dragon 1,2,1 Winter Kriegen? Ja Wrennen Ich hab' das Uhhh Was du älter nennen, in der Winterphase kann ich einfach nichts machen Kannst du eine Dingspelz Kannst du eine? Beklicken Jetzt hast du gar kein Schorn gekriegt. Ja, weil ich zwei Deathsides gezogen hab. Und die ganze Zeit Ignore Pain, wenn ich konnte. Flammenkranz. Oh, Max, nicht mehr weineinander. Das wart ihr beieinander. Da stand Marty und ich ineinander. Scheiße, das war mein Fehler. Zur Not gehen wir komplett weg. Das ist doch kein Ding. Ich bin einfach oben drauf gerannt. Das macht ja keinen Unterschied. Zielstrebig... Zielstrebig hast du uns umgebracht. Nice, Janik, nice. Fuck, aber ich hab den Laufbuff noch, Leute. Oh, Gott. Du bist tot. Janik fahren Treppkosten. Ich bin nur so ein Jäger, wenn wir vorbeifliegen. Was war das denn gerade für eine Mega-Charge? Ich dachte, das passt. Ich glaub, das ist grad ein bisschen buggy, weil der Raum hier twisted ist. Weil irgendwie war die Flamme von meinem Charge auch an der Decke. Ja. Die war auch bis zu Mediv. Also die ist hier vorne noch an mir vorbeigetragen. Ja. Okay, das haben wir jetzt nicht gesehen. Also Medivgoy. Cool. Deswegen war ich grad verwirrt. Weil ich stand hier halt nur so... Okay. Martin chargert einfach aus... Vom Spawningstein dahin. Ja, nee, Martin ist ja nicht an ihm vorbei. Nein, das ist ja wirklich nur das, was euch da lässt. Ich war ein Kilometer weiter weg von dir. Cool. Okay. Na gut, schade. Jetzt haben wir keinen Tee. Ja, ist egal. Wenn wir ordentlich spielen, ist das auch kein Problem. Nö, hier hab ich mich denn auf einmal einfach hingesetzt. Mit X. Völlig. Oh geil. Wusste ich ja nicht mal. Was eigentlich noch? Ey, hier ist ein Rap-Board. Cool. Der steht ja schon ein bisschen länger. Martin Tee-Bag, den Boben. Na gut, alle Fälle. So, alle Fälle. Alle bereit. Alle bereit. Alle bereit. Ich hab ihn auch gekickt. Wow, ich hab ihn auch gekickt. Leider hat er nichts gekickt. Yannick, du musst dennächst erfüllen. Ja, mach ich denn gleich. Ja, ich kann auch. Wow. Max kann's gut. Oh, achso, das ist auf Max. Ich dachte gerade, das wäre auf mir. Ich dachte bitte auch. Kann einer von euch? Ne, ich kann nicht. Das ist nicht gut. Lass zu ihm, zumindest zu ihm. Okay, das ist nicht gut. Max ist tot. Max ist tot. Der Max ist tot. Obwohl, ich weiß gar nicht. Ich glaub, man kriegt da drin keinen. Doch, ich weiß gar nicht. Äh? Echt? Okay, alles. Du ging das nicht, what the fuck? Vermutlich wir gehen immer bittlich im Winter. Also nicht. Ich krieg den ersten. Okay, ich glaub hier stehen. Okay. Ja, kannst du? Ja. Perfekt. Flammenkranz? Oh Gott. Ich stelle mich ganz weit weg. Ich bleib zu Nuss einfach stehen und mach wenig. Guck, wir haben noch die ganze den Buff. Wir dürfen auf keinen Fall jetzt das Ding verlassen. Also diejenigen, die halt... Oh Gott. Hab gar keinen Flammenkranz. Booooom. Was war das? Da ist Janik aus dem Ring rausgegangen. Nein, ich hab mich nicht mehr bewegt. Oh das ursache Flammenkranz. Irgendjemand muss auf keinen Fall raus. Ich hab mich auch nicht bewegt. Mag es sein, dass du in meinen Reihen bist? Oder weil da mal nicht gestorben ist. Ich bin ja aber erst an dem Flammenkranz gestorben. Ne, ich glaub du bist vorher gestorben. Ne, ne, hier Flammenkranz. Todesursache. Ja, okay. Ah ne, ne, Inferno Blitz. Na gut, das kann sein. Damit hab ich mich vielleicht automatisch verlassen. Das kann sein. Naja, aber dann hast du vielleicht dadurch den Tod bewegt. Sterbender Schwan. Ah, der Flammenkranz ist echt böse jetzt hier. Das ist ein One-Hit-Effekt. Der macht halt Drandom entweder das Aufteilen, den Boden oder den Flammenkranz. Das macht er halt Drandom, eins von den dreien. Ja. Das wär viel geiler, wenn er einfach permanent Boden machen würde. Ja, Boden wär kein Ding. Obwohl Boden ist, glaub ich, für Martin und Lars. Sag dir so, ich krieg's so krass auf die Fresse, wenn dein Boden da verheißt ist. Ja. Ja, dann am besten Ads einfach. Kurz ne Chill-Phase. Ist wär so gut. Ja, das kann man uns leider nicht aussuchen. Nee. Oh, mein Rap baut es weg. Hm. Egal. Du musstest voll selber rappen. Der ist knapp, ja. Kann einer beatboxen? Ich kann zwar nicht rappen, aber ihr könnt wahrscheinlich auch nicht beatboxen, also. Locker. Kannst locker nicht beatboxen? Entweder war das gerade der Beatbox-Versuch oder hat halt jemand ein Chip gegessen. Beides. Das war ein Chip, der Beatbox-Versuch hat. Mhm. Hat nicht gut geklappt. So, jetzt umhau. Find ich auch. Wir sind jetzt fünfmal verreckt, alles cool. So, ich kicke jetzt Armee, ist mir scheißegal. Jetzt ist sie wieder ready. Ich hab gekickt. Oh Gott. Äh, ja, nice. Ich kann grad nicht, Yannick, 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 Yannick. Oh. Inferno schlag mir auf mich. Ja, aber Faustrassen ist der Typ, ey. Bisschen. Ich kicke. Ja, wenn man alles kicken will, was der kann, das ist, äh, unmöglich. Da brauchst du 20 Leute für. Da brauchst du kompletten Raid für, so. Leute. 1 bis 20, kickt jetzt mal. Ja, so einmal beschlossen. Das machen wir auch nicht. Slammkranz, Slammkranz. Slammkranz. Alter, damit ist er heute aber früh dran. Ich hab die Erfrierung gekickt. Ich kann halt gerade wenig tun. Slammkranz, noch 6 Sekunden. Ich kann grad nicht kicken. Okay, nice. Was soll ich nicht dran? Ich nicht? Keine Ahnung. Äh, Slammkranz ist weg. Ich kicke. Was macht er jetzt? Abbilder? Okay, das ist in Ordnung. Nee, das ist nicht in Ordnung. Doch. Hier auf die Seite. Weil ich grad die Vögel angemacht hab. Dann hör auf zu vögeln. Grrrr. 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 Okay. Was soll das heißen? Grrrr. Achso, grrrr. Okay, ich helfe euch da drüben. Okay, ich helfe euch da drüben. Ist das Magie-Effekt? Nee, scheiße. Okay, ich helfe euch da drüben. Ob er denn zu drüben länger als ich? Für einen. Weil ich nichts mehr ready hatte. Ich kicke. Nice. Oh, achso ist auf dir. Burn, motherfucker, burn! Was macht er als nächstes? Winter, okay. Ach. Moven! Der Scheiß ist wieder los. Moven, ich kicke. Oh, Yannick, kicke, kicke, kicke. Ab! Sehr gut. Ah! Äh, ich kann nicht. Kann auch nicht. Das ist nicht gut. Werner Blitz zu mir? Ja, äh, äh, äh. Äh, hab's nicht geschafft. Nächsten. Okay. Der nächste Flammenkranz geht auf jeden Fall zu Max. Hier, Yannick? Ja. Sehr gut. Ja. Perfekt, Abbild. Oh, Mann. Jetzt macht er Abbilder, so ein Wichser. Egal. Das Ding ist halt, die Abbilder, die machen nichts. Ja, die Abbilder, die machen Fläschenschaden. Ja, die machen Fläschenschaden. Das stimmt, besser als Fläschenschaden. Die machen ein bisschen Gruppenschaden, oder sonst geht das. Ja, das kann, sollte Lars gegen einen können. Weil man die halt auch einfach den Arcaneblitz unterbrechen kann und dann können sie 5 Sekunden dann sowieso erstmal nichts mehr machen. Ja, ja, mach ich auch. Weil sie ja für 5 Sekunden dann noch silent. Wir haben noch 5 Sekunden dann fehl, cool, dann ziehen wir jetzt aber noch. Ja, jetzt zieh nicht. Ich mach... Jetzt müssen wir ihn eigentlich hinkriegen. Ja, das sollte, das soll's gewesen sein. Kann einer von euch? Ja, ne. Nichts bekommen. Oh ja, Lars ist relativ früh. Oh ja, ach so, oh ja. GZ. Oh man. Alter, perfektes Sets. GZ, Max. Max, 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 Max. Ja, echt ey. Oh, ne, ich brauche hier nicht alle. Ja, Max, 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 Max. Hör damit, hör damit. Das ist Leder, Janik. Ach Scheiße. Äh, warte mal, ich guck kurz, ob bei dem was für mich droppt Ach maaaannn Ne, bei dem droppt nix für mich So, und jetzt YOLO hier reinspringen? Joa, easy rein da Äh, oder ich würd sonst mal eine kurze Pause machen, weil ich muss echt dringend aufs Klo Ich spring erst mal rein hier Joa, ich auch YOLO Oh, geil Äh, muss man irgendwas machen, nöde Boah, alter Nice Nice, ich glaub ich hab nen Trip Also, ihr habt euch doch auch Dings geholt, ne Wuhuuu Dings Äh, Porn Ne Ich schon Äh, das zeigt dir ja, wow Das sieht richtig geil aus, ich hab grad das Interface ausgeblendet, das sieht richtig nice aus Dominik, das zeigt dir ja immer die Verbesserung an, ne Guck mal, ich verliere jetzt 855 Meisterschaft Aber ich hab bei dem anderen Ding durch die andere Das trotzdem 3% Verbesserung Ja Lohnt sich das doch, oder nicht Da ist noch Medivhs Schließkäste Ich würd sagen, ja Ist das nicht cool oder? Boah, Alter, das sieht voll geil aus Ne, das ist Medivhs Schließkäste Ja, das ist der Raum aus dem Film, ne Ja, das ist der Raum aus dem Film Richtig nice Ich guck mir das grad, wie gesagt, ohne Interface an Das sieht schon ziemlich cool aus Boah, das ist ne riesige Truhe So, äh, ich würd mal ne kurze Pause machen, weil ich muss echt pinkeln Warte, hier ist ne große Truhe Ganz ruhig Können wir ja gleich noch machen Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Tschö Ja, vielen Dank für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal Tschö Ja, vielen Dank für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal